In diesem Video zeige ich, wie ich einen Küchenschrank einzeln anpasse und austausche. Hier möchte ich zum Beispiel diesen Schrank so anpassen, dass er zu dem Rest passt. Dazu entferne ich den einmal, drücke hier auf Schränke. Hier möchte ich den Schrank mit Schubladen, und zwar mit drei Schubladen. Und zwar ist das 60x60, ich nehme den Schrank, positioniere richtig und fertig ausgetauscht. Um den Schrank jetzt einmal zu, ja auch das Innenleben anzupassen, drücke ich hier auf Anpassen, gehe ganz nach unten, individuell anpassen und habe hier die komplette Übersicht über das Innenleben. Ich gehe auf Artikel hinzufügen und kann hier jetzt die Artikel aussuchen, die dazu passen sozusagen. Und zwar kann ich jetzt hier eine Innenschublade zum Beispiel einfügen, hier wird wieder eingefügt, oder ich fange nochmal komplett von vorne an, lösche einmal alles und kann hier je nach Belieben meinen Schrank anpassen. So, das war's schon. So, das war's schon. Jetzt unten organisations. Vielen Dank.